Wo wird auf mich geschossen? Sie ist nicht. Ah, von uns direkt gegenüber. Ja, da. Er ist... Den kriegt man auch hin. Wir haben wenigstens ein bisschen Progress. Progress. Hallo, meine Damen. Ah. So. Kann ich... Au. Und dann machst du Fatsch und ist tot. So macht man das. Mr. 1. Ich stehe dann da oben wahrscheinlich. Wixel immer die falsche Waffe. Ähm. Aber da ich gerade hier stehe, hier ist gerade nichts. Auswählen. Ähm. Ich will... Ich dahin haben. Und du sollst das sein. So. 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 Ähm. Das weg. Ähm. Das weg. tschüss mir egal ob du lebst oder nicht lauf ich lauf ich lauf ich lauf schwingt da vor dem auch ein händel ist das bloß ja vor ihm schwingt auch was hier schwingt sogar ziemlich viel runter falle bist du ne echte eine große scherbe zwei stück sogar und hier wollen wir uns drüber wir kommen weiter und ich sehe nichts was trinken wir sind bestimmt irgendwie auf den sack gegangen ach sind wir jetzt hier in der bowlingbahn wir sind hier der bowlingbahn das war hier oben da gibt es irgendwas was wir sind hier in der bowlingbahn wir sind hier in der bowlingbahn wir sind hier in der bowlingbahn er verleiht dem träger stärke und absoluten willen so dass er vor den angriffen der gegner nicht zurückschreckt zu einer der bekanntesten legenden über ihn zählt die begebenheit dass er sich dem riesen treffen stellte und diesen in stücke schlug als ich hier an den links änderte nicht hier nicht gar nicht ich habe keine ahnung wenn der nächste mal ein ball runter kommt wenn wir jetzt hier hinlaufen das ist anscheinend ein allöchen dickerchen ich glaube du kommst ja nicht durch nja alter mag ich das schwirz ähm mami muss ich jetzt da hochrennen ich renne einfach mal das Schlimmste was passieren kann wenn ich zermatscht werde komm, steh auf, steh auf, steh auf ähh erster heilu hallöchen da unten ob ich erstmal diese ganzen wege erforschen sollte hier geht es einfach nur runter geht es hier hin geht es hier hin geht es hier hin dann geht es hier runter ich traue den braten hier nicht aber es geht noch ein stück höher ja das höhere will ich nicht das ding hat keine kette heißt das das ist ein mimic mein erster mimic time to say goodbye ich habe ein mimic getötet blitzschweig blitzschweig das ding macht jetzt schon so viel damage wie das uchi katana da ja ich lebe doch hat aber kein scaling die stärke und geschick blitzschweig blitzschweig raffentyp schweig angriffstyp groß gewöhnlicher schweig der soldaten große reichweite kann gleichzeitig mit schnitt benutzt werden ist effektiv gegen harte oberflächen und bewirkt im richtigen moment eines gegen eines gegnerischen angriffs schweren schaden der treffer radius ist jedoch gering und er kann leicht durch schilder abgewährt werden hat der einen permanenten ich glaube der hat einen permanenten blitz buff drauf weh alter ok hier haben wir nichts außer den dings gab es jetzt tief 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 ins dunkel deswegen wahrscheinlich auch die blutflecken drauf ich will hier weg ich will hier weg ich will hier weg wir haben eine mimik gekillt wir haben eine mimik gekillt wir haben eine mimik gekillt niemand killt uns die öffnen witzig wird dieses reich nicht dann greif mal kurz durch so gibt es hier unten noch was das ist da wo die komische Echse stand da kann man bestimmt den Ball durchjagen die konstruktion ist komisch so und jetzt müsste der ball durch sein jetzt geht das da runter ich will es hier in die in die schlucht stützen lassen aber wenn ich hier in die schlucht stützen lasse geht dann die brücke kaputt vielleicht scheint nicht so wir haben jetzt was geöffnet da sagen die 320 ich bin nicht gestorben der charakter hier ist gestorben oh hallöchen äh hmm du siehst ziemlich lös ein rarer in diesen Zeiten ich bin logan ich bin ein bisschen kugelt wie ihr seht ich habe eine breite Idee ich habe eine breite Idee ich habe mich frei ich bin alt und leuchtend aber ich kann dir mit Wissen und Sorgen dieses Ort ist in meinem den Moment die Inaktivität ist repressiv öffnen ja hallo freund sprich freund und tritt ein oh heavens kriege ich dann auch einen zauberstab von dir dass ich dann auch wirklich zaubern kann oh eine heldenseele wäre aber schön ein äh dings zu kriegen ein safe place ein bonfire wo heißen die Dinger ja so du bist wabbelig wabbelig tot das heißt ich kann jetzt hier lang gehen da geht's runter oh hallo Zwiebelritter oh wo oh ah where did you come from splendid news I tell you haha 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 aha und fäisert hmm hmm ah so you see my flight yes indeed I've run up against the wall or a ball to be precise I'm afraid I'm a bit too plump to be out running those things so here I sit in quite a pickle but who knows perhaps we'll have another development haha perhaps I could try some rolling bah no chance my head would spin hmm dein Kopf würde rollen vielleicht I could try some rolling bah no chance so aha also ist das hier quasi ein dead end um uns zu sagen wir sollen eher zurückgehen und die komische Tür da finden damit wir die Bälle woanders hinschubsen können damit wir dann hier hochrennen lalalala weil ich hier der Fahrstuhl nein war ich so äh ein bisschen orientierungslos oh 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 ist hier ähm Heilung wir hatten das wieder auf Normal umgedreht oder ändert sich das nach einer Weile oh da ist noch eine Treppe hier habe ich hier gar nicht gesehen am Apfel essen und hier wollen sie auch halt auch ziemlich rollen da muss ich rennen ich hab's geschafft well hallo und da oben steht einer da geht's runter und da